ein landheilsämen als haustier was ist das ein gravierter christian key scheibe mit einem komplexe kondierung schlüsse mit den außen also hier das hier ich lese gerade was da hier steht okay als du einmal auf einen schrift stoßen solltest da läuft wer rum da läuft jemand oben da heißt bernard okay geschäft aus diesem abgerissenen papier stück ist zittrig tränen verschwürt kaum lesbar die stille zieht sich ich bin ganz alleine darf ich bitte eure hände halten nur kurz was ist schon auf den auf einen balkon auf der ebene wo ihr reingekommen seid der balkon rechts also gegenüber wo gesprungen sein ja da war ich gerade da war eine kiste mit besteck drin aber ich habe jetzt nicht so ganz herausgefunden was da jetzt für eine magische sache war du meinst die die hier ich habe das besteck rausgenommen aber ich konnte nicht erkennen was da war ist dann war dann die schrift rolle ich habe das besteck schon ausgenommen danach war aber jetzt nichts mehr drin aber ich die kiste ist das magische ich habe so eine gravierte geschehen ich habe so eine gravierte geschehen alles was du reinigst wird zu etwas wertlosen aber etwas das sehr wenig wiegt äh ich warte mal möchte ich die aufheben ich bin jetzt überladen achso wahrscheinlich meinst du eher hier wachsame kunst der ich möchte jetzt lese den code benutzen um die symbole zu entschlüsseln okay dass sie das ist ja praktisch das ist ja interessant wie geil ist die truhe denn bitte die wird jetzt auf ewigkeit in meinem inventar bleiben ich kann ja ich muss dir mal erzählen was ich für eine truhe entdeckt habe die ist jetzt im inventar drin die hat mir hier die liebe eulenschmäul hat sie mir gerade erklärt das ist eine truhe da war nur besteck drin äh und das das coole ist das habe ich aber nicht das habe ich aber nicht mitgekriegt als ich die rausgenommen habe dass da irgendwie dass ich die verwandelt habe alles was du da rein legst wird zu etwas wertlosen was wenig wiegt wenn du aber die sachen wieder raus nimmst verwandelt sich das eins zu eins wieder zurück na cool das heißt ich könnte da jetzt alles reintun und ich würde dann eigentlich müsste ich dann auch weniger Gewicht dadurch kriegen hier ist ein Knopf aber da muss ich dich jetzt seltsamer Ort für einen Knopf besonders für einen der nicht funktioniert toll ich kann jetzt jetzt Yankee Schriften entziffern oh cool aber das aber mit der Schriftrolle äh mit der Kiste kann das trotzdem nicht so gut sein weil weil das Gewicht ändert sich nicht zumindest nicht gerade bei mir dann bist du dann über eine Etage herrsch ne und hä das macht ja keinen Sinn also ich fände hier gar kein Gewicht dadurch also ähm kannst du noch die Schriftrolle quasi beschwören ein Moment ich experimentiere gerade mit der Kiste nö nö die Ruhe des Profan Also die wird nicht weniger. Ich kann mir vorstellen, dass irgendein Patch... Weil es macht ja auch keinen Sinn. So, an sich würde die Truhe ja Sinn machen. Also von den Werten hier, dass sie geringer wird. Da müsste sich allerdings auch mein Gewicht verringern. Was, glaube ich, gerade nicht funktioniert. Ich weiß, dass es Patchen jetzt gab. Aber irgendwie funktionieren die gerade nicht. Aber ich glaube, ich behalte trotzdem erstmal die Küste. Oder warte mal. Was ist, wenn wir das in ihr geben? Äh. Da. Du bist nicht dran. Ne, bei ihr wird das auch nicht geringer. Ja, es würde ja auch Sinn machen, dass es geht. Komischerweise geht es nicht. Äh. Ach, wollte ich doch gar nicht. Ich habe Goldwaren? Habe ich gar nicht mitgerichtet, dass ich das eingesammelt habe. Na ja. Kann sein, dass es vielleicht... Ja, entweder haben sie das jetzt mit Absicht so gemacht, dass das nicht so ist. Dass sie zu... Oh, wie heißt die Truhe? Oh, die Kiste nochmal. Profan. Kannst... Michael, kannst du mal gucken, was... Inwiefern... Was heißt profan? Gibt es da eine... Ähm... Äh, wie soll man schon... Gewöhnlich. Profan ist gewöhnlich? Hm. Gewöhnlicher Unscheinbau da irgendwie so was, glaube ich. Interessant. Ich behalte mal die Kiste. Vielleicht tut sich da irgendwas noch mit. Ey, hast du gesehen gehabt, dass hier ein Teleskop ist? Als der Teleskop, was ich angeklickt habe, war... Äh... Nicht interessant. Hm. Ey, wir können auch noch weiter nach oben, ne? Ich weiß. Ich warte nur auf dich. Achso. Ja, ähm... Ja, ich bin schon auf dem Aufzug. Ich bin schon eine Tasche über dir. Ich habe keinen Platz mehr in meinem Winter. Ach, meine Mitte ist voll. Ähm... Äh... Äh... Oder sind... Also ich würde, wenn das eine Losung ist, würde ich das sagen, ja. Das Erste, ne? Ja. Oder ihr seid ein Freund, ein Retter aus der Einsamkeit. Cool. Du bist jetzt ein Meister. Yay. Wollte schon immer meinen eigenen Hausroboter haben. Oh, dann geht das noch weiter. Die Stille zieht sich das auch wie ein Zitat. Das, ne? Aber vom Lesen her zieht das alles an wie ein Zitat. Aber ich glaube, das wird sie... Ich weiß nicht. Zitat in einem Punkt, deswegen war ich Zitat. Ja, aber das hört sich jetzt alles so an, als wenn man das... Ja, komm, wenn man das ändert. Nicht mit den Armen. Ja, bitte. Oh, ja. Oh, ja. ich glaube hätten wir falsch geantwortet das hätte jetzt mit ihm und zwei belebten rüstungen zu tun ich habe ich korrigiere drei vier da um 9 und apparatur ich bin aber ehrlich ich finde sein speer interessant ach wusstest du eigentlich dass wir noch mehr charaktere kriegen in anderen akten kriegen und andere charaktere die würden als mitnehmen oder andere gibt es noch ja oder drei sogar im dritten akt gibt es auch noch ein erst mal kriegen wir helfen helfen das ist ja schon bei uns im lager schilder ist aber noch nicht unter begleiter es kommt das ach so das kommt auch noch ja ich hatte mir die dunkelhelfer aus dem goblin camp bekriegen können wenn man sie nicht ja okay das sind weiter und dann gab es später noch zwei andere das papier ist eingerissen und abgegriffen das noch bis häufig in der hand gehalten und sehr geschätzt wurde darauf steht ein kleines gedicht ohne namen leere blätter sind alles was ich von euch ja noch ein letztes geschenk eine letzte gnadenlose gabe ich hüte sie weiter ich kann sie nicht verbrennen mir fehlt schlicht der mut mich an ihnen zu trennen was ist wenn ich noch mal mit ihnen rede was ist wenn ich ihm fragen stelle ich würde mal interessieren okay er ist eine dumme maschine was ist das hier okay da kann wirklich nichts sagen vielleicht braucht diese ferse damit immer machen kann ich euch wie kann ich vertrauen wie kann ich mich zeigen mein dunkelstes ich mein herzen entrissen jetzt kann ich wieder mit ihm reden leere blätter sind alles was ich euch noch habe ein letztes geschenk ein letztes gedanken lose gehabt hey was 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 hat das das war das gedicht hat sich von gefunden hatte er hat mir einen halt dran gegeben einen habe ich noch in jedem wesen leuchtet ein licht es kriegt nach oben im harten bestremen hatte ich das nicht vorhin vorgelesen das kann sein ja dann glaube ich alles fair sie ja alles aus dem turm töten den rest um ihren dem zu geben ich glaube den hätte ich nicht sagen soll damit habe ich nicht gerechnet jetzt werden kämpfer wollen wir da oben kümmere ich mich mal mit dem die haben armen brüste die haben armen brüste der traum brüste wird auch namen brust na toll ich weiß nicht ich will erst mal vor dem roboter vielleicht weg ich suche mir mal einen leichten vorteil jetzt gerade aus so ganz leichten mein gott dass die ganze geschichte draußen durcheinander sein muss hat mich rote aber ich was sie mich frage was hast du jetzt gemacht aufgehauen einfach so draufgeschlagen kann ich nicht so machen aber ich gehe nun mal noch okay er kann sich auf jeden fall nicht bewegen warte mal ich hätte glaube ich dass er noch besser machen soll konzentrationszimmer lohnt sich glaube ich hier nicht viel zu sehr präsentiert heller du kannst gerne mit nach oben kommen also ich habe hier noch platz wenn du möchtest ja kann ich von da oben schön mit meinem komm mal 18 schaden läuft jetzt tut mir bernard leid ich wollte bernard nicht angreifen aber naja ich habe sage und schreibe nur schaden gemacht mit vier schüssen trefft nicht im glück für uns es irritiert mich nur ein bisschen greifen wir bitte bernard an mit karlach kannste noch mal angreifen ja ein habe ich noch gehe ich auf nummer sicher lass mich ruhig mit fein und bohren schießen also ich mache mindestens fünf schaden ja tut mir leid gut 6 welches ist die ihr ja ich und auf Wir können ja wirklich gar nicht treffen, ey. Ja, irgendwie nicht. Der trifft, weißt du, der letzte. Okay, ich kann auch nicht treffen. Thema erledigt. Oh, das hat schon erledigt. Nicht schade. Nee, den kann ich nicht angreifen, dann ist dein Kopf eine Fratze. Dein, 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 quasi dein Flughörnchen. Oder gleich. Mhm. Den hätte ich nicht angegriffen. Ja, wobei, eigentlich ist das egal. Ich hätte den anderen erstmal angegriffen. Oder konntest du den nicht sehen. Weil Carla da stand, weißt du. Deswegen meinte ich. Dann hätte sie den vielleicht im nächsten Zug machen können. Siehste, so hätte es jetzt nicht viel Schaden passiert. Hättest du mal gemacht. Aber nein. Und zeigt mir den Anlass, ich soweit komme, aber dann ist das doch zu weit weg. Das ist seltsam. Ach, da lohnt es sich kein... Da lohnt es sich gar nicht, einen besonderen Fall zu machen. Guck mal. So. Was? Ah, guck mal. Der hat seine Waffe gedruckt. Licht der Erschöpfung. Und ein Schlüssel. Und ein Schlüssel. Das Ding macht Blitzschaden. Ja, gönn dir. Oder hat eine extra Reichweite. Das ist schon. Ja, wir sollten langen Waffe, ne? Ja. Ja, meine Tasche ist ein Milch voll. Ne, schade. Ach, armer Bernhard. Bernhard, tut mir leid. Ich wollte es nicht. Aber nein. Bernhard. Das ist alles, was es hier oben gibt. Ich finde nix. Aber ich hab das Gefühl, man hätte vielleicht noch was aus ihm rausholen können. Vielleicht. Oh, ja. Oh. Schriftrolle. Schriftrolle Dolchwolke. Schriftrolle grüne Farben. Blende bis zu 33 Trefferpunkten Kreaturen. Und wir haben ein Fliegen. Kommen. Man könnte ihn flatterig machen. Hm. Sonst ist jetzt hier nichts im Turm, ne? Näher. Näher. Sonst ist jetzt hier nix. Ganz unten war jetzt auch nix mehr, ne? Hm. Glaub nicht. Nee, da ist jetzt nur ein Loch. Okay, da ist auch nix mehr. Habt die Blumen noch für irgendwas Gutes? Ja, ich weiß nicht. Ich glaub nicht. Ich glaub, das mit Bernard hätten wir gar nicht machen, äh, hätten wir wahrscheinlich so oder so wahrscheinlich so gemacht. Man hätte ja gar nicht jetzt wissen können, was jetzt die einzelnen Singer überhaupt sagen. Hä? Was hast du denn da? Schaufel. Haben wir das jetzt oben eigentlich freigeschaufelt? Ich glaube nicht. Ja, dann geh ich da nochmal hin. Kerzen. Ich muss die Kerze anmachen. So, dann geh ich doch nochmal dahin zurück. Ah, nee, das war noch ein Neuter. Äh, nee, Aufstieg. Oh, ich, 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 knack jetzt dieses Schloss hier auf. Muss ich gar nicht. Ich hab die Schlüsse benutzt. Ach, da ist noch ein Hebel gewesen. Ah, okay. Was ist los, Samuel? Was hast du? Napf ist voll. Hunger kann das nicht sein. Oh. Oh. Kurzbogen drin. 110 Gold. Und eine Schriftrolle. Ah, schwere Tour. Stimmt, die haben wir auch noch. Ja, lass mich das so direkt knacken. Ja, passt. Ah, okay. Okay, das war das Gedicht. Himmelsbrecher. Okay. Himmelsbrecher und Silberbahn. Und ich bin überladen. Das ist keine Kriegswaffe. Ich bin trotzdem überladen. Äh, wo ist I? Das ist I. Gott, der macht ja bei ihr noch weniger Schaden. Ich sollte mir doch noch mal, äh, wachs aufzugehen. Ich bin noch am überlegen. Äh, hier in der Nähe ist kein Schnellreise. Der ist wieder ganz am Eingang. Mhm. Aber ich hab das Gefühl, wir müssen eh ganz weit zurückgehen. Ach, da ist noch eine Blume. Nichts wie so. Außen war nichts mehr, ne? Nee. Okay. Da sind wir gekommen. Jetzt interessiere ich mich auf irgendwas. Oh, nee. Okay. Was ist denn hier?